Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Wo bist du gerade mit deinem Schädel, wenn du nicht bei der Arbeit bist? Wo bist du dann? Mann! Es ist jeden Tag das Gleiche mit euch! Wo ist denn dieser Hassan? Wurscht, wo ist er? Er wurde gestern abgeschoben. Ich kann mich deswegen nicht konzentrieren. Ich bin traurig. Er war mein Freund. Abgeschoben? Ja, das geschieht dann schon recht. Der war ja noch langsamer wie du. Weißt du, was das jetzt für dich heißt? Du darfst heute doppelt so viel arbeiten. Morgen auch und den nächsten Tag auch. Bis ich von euch für den einen Ersatz gefunden hab. Hast du das verstanden? Und bleib nicht dumm. Die Teller tun sich die Rolle. Wenn ich für selber sauber umzeigen. Ich probiere dich über das ganze Fleisch. Was ja. Wir wissen alle anderen. Wochenende Blöcke. Ich habe noch ein paar Krusten, warum es gefeiert hat. Wir waren ganz gut. Töne. Ich habe es gefeiert. Ich habe es einen Schädel. Hallo Ali. Hallo Pflasterchen. Hallo Christi. Du, ich bring dir die Post. Den würde ich gleich aufmachen. Der schaut wichtig aus. Okay. Ciao. Ciao. Hallo. Hallo. Hast du eine Woche? Ja. Was hast du gesagt? Ich habe mir gedacht. Was hast du gesagt? Ich habe mir gesagt, dass du ein paar Zeit wirst. Was hast du gesagt, was hast du gesagt? Ich habe mir gesagt, dass du ein paar Zeit wirst. Ich habe mir acht Jahre alt. Ich habe mir acht Jahre alt. Ich habe mich über die Krieg und die Krieg gefreut. Ich habe mir eine gute Zeit. Ich sage dir, bitte. Ich habe noch mehr Zeit. Musik 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 Hallo, Ali. Hallo. Bist schon fertig? Kann ich lesen? Ja, natürlich, aber es ist noch nicht fertig. Macht nichts. Ich bin stolz auf dich. Ich will, dass es verlegen wird. Hast du den Bescheid schon bekommen? Ja, ich habe einen Brief bekommen, aber habe ich nicht aufgemacht. Mach ihn auf. Ich habe Angst, dass es negativ ist. Mach ihn auf. Was ist, wenn er positiv ist? Ich habe immer so viel Geld. Sie haben gestern meine Freundin abgeschoben. In meinem Leben gibt es immer so viel Krieg. Und jetzt bin ich hier. Und der Kampf holt nicht auf. Ich darf nicht wie andere leben und in Ruhe leben. Ich bin los für dich. Danke. Entschuldigung, es wäre größer als losgegangen. Ah, frech werden will er auch noch. Kann man tätsch. Wichtig machen. Das mögen wir, gell? Farben. Erkennt man auch ohne Geldgeldkenntnisse. Ausweis her. Entschuldigung, ich habe den Termin. Ich muss schneller. Einen Termin. Und nicht einmal eine gescheite Offenheitsgenehmigung. Das glauben wir gern, gell? Dir werden wir uns merken. Danke. Ab. Gabi. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020